Es ist schon Mittag Du hast eine Zielfernrohung, ich könnte sperren Nacht Warte, ich bin noch nicht so weit, weil ich schon gehört, ob du suchst Alles gut, alles gut, gut, gut Was eigentlich dumm ist, ich habe einen Link dabei, aber die Winchester jetzt Das ist eigentlich absurde Fölzchen Ja, ich habe mir aber gesehen, wie es läuft Was denn? Ich habe das Wasser gut gewünscht Na, das ist nicht schlimm Ist es dunkel bei dir? Ja Ich muss sagen, warum geht es nicht? Also ich sehe eigentlich viel Trotzdem Achso, ich sehe schon, es hängt nur davon ab Von wo was kommt Dann wird spürig Ich habe das dann Ja, ich sehe das Baue ich Dann Ja, ich sehe es ig Ich schreibe jetzt mal. Ja, von der Ging. Ich schwöre es, ja. Ich beinde, deine Fikoblöschkürze. Das ist lauer die Ulfgei. Was soll ich denn dicken machen? Also brauchen wir gar nicht viele Latten. Ja wie, guckst du im Beutel an, bist weiter. Beuteln du? Was soll ich? Wie geht's? Wollen wir uns in der Position? 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 Ehhh Das ist ja noch so dicker, kann das sein? Ich habe es noch nicht gesehen. Ja rechts ist noch einer. Ja wieso nicht leise? Oh. Du musst machen. ja wirst du sagen der andere was geht ganz kalt Oh, Gelb. Ach, das Gelb ist der Aufwertung. Oh, Gelb, das ist der Aufwertung. Was ist der Aufwertung? Was ist der Aufwertung? Was ist der Aufwertung? Das ist der Moment. Hast du auch einen gefunden? Nein. Das ist ein Mittler. Das ist ein Späsch. Das kann ich nicht sagen. Das ist das ein Spät. Ach, ich bin so gut. Das ist der Moment. Das ist mein Schlauch. Das ist einfach. Durast. Okay, fort. So, wo können wir das überhaupt hin? Alphons? Da kommen wir hoch zum Ausgang. Auf jeden Fall entspannten. Denk ich es mir nicht. Dann gehen wir vorne hier bei der Kaffee. So stehen wir dahin, zum Ausgang so. Macht mal so ein Terribi. Es kommt ja noch einer, wie es eine macht. Oh Gott, du wirst ja was schlechtes. Ja? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Oh Gott. 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 Oh vontade. Ok, jetzt wird es beim Ophi Das Wiese ist ganz Oster Dank hab ich Das ist ein Musiker Das ist ein Musiker Das ist ein Musiker Theoretisch machen könnte Waffen Ja ich war aufnehmen wie du Nachkampf zum Beispiel Das war ja auch Erfahrung Man merkt die Schnee Man merkt und dann nur Ruhe Das ist krass, ich hätte ich gemächtet Du hast auch getriggert, nur Geil Cooler tut gar nicht Wer dann eher ist Wunder Ok Tobi, ich hab's gerade gemerkt Ähm Ich hatte das auch gerade gesagt Wegen der Hunde Na Komm bitte, schauen wir nicht an Nee, deswegen Kommen wir mal Ärgerlich So, jetzt sind wir ja beide hier drin Und jetzt kannst du theoretisch weglaufen Außer sterben natürlich Und dann kannst du hier noch zwei Mist töten gehen Heiß drin bleiben Beispiel Ähm, ok